Die Ideenbildung für Industriedesign und ansprechende Konsumgüter ist mit herkömmlichen Werkzeugen für die Oberflächenkonstruktion ein schwieriger und zeitaufwendiger Prozess. Kunden fragen nach Auswahlmöglichkeiten, weshalb viele Ideen und Konzepte im Voraus erstellt und entwickelt werden müssen, wodurch die Kosten steigen und Projekte verzögert werden. SolidWorks Industrial Designer nutzt die 3D Experience Plattform und wurde vollkommen im Hinblick auf diese Probleme entwickelt. Intuitive Arbeitsabläufe für die Konstruktion und aus sozialen Medien bekannte Werkzeuge für die Zusammenarbeit vereinfachen komplexe Konstruktionsprozesse. In beliebig vielen privaten Konstruktionscommunities können Ihre Kunden, Lieferanten und Kollegen Anforderungen, Ideen, Entscheidungszeitpunkte und Feedback dokumentieren. Sie können alle Beteiligten durch das Veröffentlichen, Anzeigen und Kommentieren der Designs informieren und einbeziehen. Sobald die Konstruktionsanforderungen Ihrer Kunden erörtert und festgelegt wurden, können im nächsten Schritt Ideen zusammengetragen werden. Großartige Konstruktionsideen beginnen oft mit einer Skizze. Mit SolidWorks Industrial Designer wird Ihr Bildschirm zum virtuellen Skizzenblock, auf dem Sie Ihre Skizzen wie auf Papier entwickeln können. Mit diesen intuitiven Skizzierwerkzeugen können Sie schnell Konzepte erstellen und mit Form und Funktion experimentieren, während Sie mit dem komfortablen Radierwerkzeug neue Ideen einarbeiten. Der Vorteil gegenüber Papier besteht natürlich darin, dass Sie in mehreren Richtungen skizzieren können, wodurch Sie Ihre Ideen in 3D visualisieren und die sauber verlaufenden Linien und charakteristischen Features erstellen können, die Ihre Produktideen auszeichnen. Kunden möchten sicher sein, dass Sie die richtige Wahl getroffen haben. Bevor Sie Ihre Konstruktionen also in 3D erstellen, können Sie alle Konzepte mit dem Konzeptarchivwerkzeug erfassen, verwalten und Ihren Kunden in Ihrer privaten Konstruktionscommunity präsentieren. Mit dem integrierten Zugriff auf die Community und vertrauten Werkzeugen für Online-Diskussionen teilen Sie Ihre Ideen per Knopfdruck, erhalten Feedback und legen wichtige Entscheidungszeitpunkte fest. Sobald der Kunde sich für die von Ibe vorzugte Konstruktion entschieden hat, rufen Sie diese einfach aus Ihrem Konzeptarchiv ab. Indem Sie dieses Archiv für die zukünftige Verwendung speichern, können Sie später bei ähnlichen Projekten Zeit sparen oder die Ideen aus mehreren Konzepten zu einem Konzept zusammenführen. Die Überführung Ihrer Skizze in 3D ist kinderleicht. SOLIDWORKS Industrial Designer bietet leistungsstarke Freiformwerkzeuge. Schieben und ziehen Sie die Geometrie einfach wie virtuelle Knetmasse, bis Sie das gewünschte Ergebnis erhalten. Ausgehend von der Grundform erhalten Sie mit einigen Anpassungen der Geometrie eine grobe Kontur. Indem Sie zusätzliche Netzlinien einfügen, können Sie die Konstruktion ausdetaiieren. Dadurch bleibt der Arbeitsablauf effizient und macht sogar Spaß. Sie müssen sich keine Gedanken mehr darüber machen, wie Sie komplexe Geometrie erstellen. Mit leistungsstarken Modellierwerkzeugen, wie für das Falten von Kanten, erstellen Sie die gewünschte Form mit nur wenigen einfachen Klicks. SOLIDWORKS Industrial Designer bietet die wesentlichen Konstruktionswerkzeuge, die in allen SOLIDWORKS 3D Experience Software Produkten enthalten sind, wie die einheitliche Modellierumgebung und das Direct Editing. Um Änderungen an einem vorhandenen Modell durchzuführen, können Sie mit den Werkzeugen für das Direct Editing die Geometrie einfach schieben oder ziehen. So sparen Sie Zeit und Mühe. Sobald das Modell fertig ist, erwecken Sie es mit ansprechenden Bildern zum Leben. Damit beeindrucken Sie Ihre Kunden ganz gewiss. Das Aufpolieren Ihrer Konstruktion mit einem fotorealistischen Rendering ist ganz einfach. Verwenden Sie einfach ein Hintergrundbild aus der umfangreichen Bibliothek, um die Szenerie zu gestalten. Ziehen Sie dann Materialien aus Ihrer Materialbibliothek auf das Modell und sehen Sie zu, wie das Modell in Echtzeit aktualisiert wird. Direktes Feedback auf Änderungen ohne lange Wartezeiten, Mutmaßungen und langwieriges Ausprobieren. Wenn das Rendern abgeschlossen ist, veröffentlichen Sie Ihre Konstruktion abschließend in Ihrer Community, um von allen Beteiligten die endgültige Genehmigung einzuholen. SOLIDWORKS Industrial Designer und die 3D Experience Plattform verbinden Ihr gesamtes Konstruktionsumfeld, fördern Produktinnovation und bieten Ihren Kunden eine überzeugende Erfahrung. Wenn Sie direkt vorstellen, dann folgten